Die Prinzessin Wenn ich tot wäre, dann hätte es damit für immer ein Ende, oder? Du bist die Scrap Princess Die Prinzessin der Zerstörung Das Mädchen, das in der Prophezeiung des heiligen Grendel als Böses genannt wurde Was die Welt der einst vernichten wird Ich bin das Gift, das die Welt ins Verderben stürzt Aus diesem Grund, aus diesem Grund solltet ihr nicht dünnen Untertitelung des ZDF für funk, 2017